Ich habe gerade meinen Hoden kontrolliert und da waren zwei Zecken dran. Die wollten versuchen, meinen Hoden zu fressen und Borreliose reinzuspritzen. Und deswegen habe ich die sofort mit Kopf entfernt. Und das waren so richtig kleine Mini-Zecken gewesen. Die waren richtig klein. Das war richtig anstrengend, die rauszuholen. Guck mal, guck mal hier. Ich habe ihn hier gefunden. Das ist schon wieder so eine komische Zecke, die versucht, irgendwie Borreliose in mir reinzuspritzen. Den werde ich jetzt entfernen. So, ich habe den hier entfernt. Aber hier vorne ist noch eine Zecke. Den werde ich auch entfernen. So, die Zecke habe ich auch entfernt. Und hier sehe ich auch eine Zecke. Die werde ich jetzt auch entfernen. So, die Zecke habe ich auch entfernt. Und ich habe hier vorne auch eine Zecke gefunden. Die werde ich jetzt auch mit meinen Fingern entfernen. Jawohl. Guck mal, diesen Punkt hier. Das ist eine kleine Zecke. Den muss ich entfernen. So, ich habe den abgemacht. Und hier ist auch eine Zecke. Der muss auch abgemacht werden. Prüfen, ob ich bald Borreliose aus meinem Körper rausspritzen kann, um andere zu ärgern. Hehehehe. 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 Hehehehe.